Aber unsere Sommernächte in der Steiermark, die sind eben nicht immer lau und trocken. Das wissen unsere Bauern nur zu gut. Mehrmals wurden sie heuer schon von Starkregen und Hagel getroffen. Das stellt aber jetzt nicht nur die Landwirtschaft in der Steiermark, sondern auch den heimischen Landmaschinenhandel vor neue Herausforderungen. Mehr dazu jetzt von Sandra Supern in unseren Handelswegen. Wenn Pferdestärken und Hightech verschmelzen, schlägt so manches Herz ein bisschen höher. So auch bei den mehr als 250 Landmaschinenhändlern der Steiermark. Landmaschinen ist ein Riesenbereich. Das geht draußen von den Ackerbautraktoren mit über 400 PS und relativ großen Maschinen bis hin, so wie wir uns es befassen, mit kleinen kompakten Maschinen, die speziell auf Wein- und Obstbau spezialisiert sind. In der Südsteiermark steht man unter anderem wegen der steilen Lagen und oft wenigen Wendeflächen vor besonderen Herausforderungen. Das Wetter ist eine weitere. Aufgrund der Zunahme von Hagelschäden und so weiter wird sehr viel Hagelnetz montiert in unserer Region. Und das macht natürlich bisherige Arbeitsmethoden, mechanische Arbeitsmethoden im Weingarten überflüssig oder die müssen eben auch durch andere Methoden ersetzt werden, wie zum Beispiel die Entlaubung in der Traubenzone. Im Fokus steht dabei auch die Schonung der Umwelt. Es gibt jedes Jahr einige Betriebe, die auf biologische Arbeitsweise umstellen. Derzeit gibt es eben die Innovation für die Zwischenstockpflege mit diesen Fadenmähgeräten, die das Mähen zwischen den Rebstöcken ermöglichen, damit ich kein Glyphosat verwenden brauche. An den Maschinen wird in den teils hauseigenen Werkstätten gefeilt. Unter anderem entwickelte man dort für die sichere Arbeit nach Regenfällen Stachelräder für Traktoren. Ich war selbst einmal Landwirt und habe die Weinberge selbst bewirtschaftet und habe gesagt, okay, ich möchte die Maschinen verbessern, damit es die Weinbauern leichter haben. Dabei spielen auch Lehrlinge eine große Rolle. Wir haben in der Werkstätte momentan vier Lehrlinge. Im Handel haben wir zwei Lehrlinge. Es ist extrem wichtig, dass wir Lehrlinge ausbilden. Es ist immer was los, man lernt immer was Neues dazu und man hat immer was zum Arbeiten. Um die steirische Landwirtschaft rund um die Uhr zu unterstützen. Denn das Wichtigste an den Maschinen sind die Menschen, die sie antreiben. Das Wichtigste an den Maschinen sind die Menschen, die sie antreiben.